Hass mit Heller. Dankeschön. Ich hasse Husten. Das war's von... Hass mit Heller. Den Seitenblick, den nehme ich persönlich. Nein. Ich habe eine Liste in meinem Mobiltelefon. Achso, geht's mal weiter? Es geht weiter mit... Hass mit Heller. Achso, ich muss da nochmal kurz reinrätschen mit dem Husten. Das hast du ja nicht seit einer Woche. Aber, das hast du seit Anfang des Jahres. Ich höre dich in jedem Video, in jeder B-Roll, die Schneide über dich husten. Also, es ist jetzt nicht schlimm, aber du hast das echt lange. Geht's dir gut? Nein. Okay, was hast du? Husten. Okay, verständlich. Also, ich habe eine Liste in meinem Handy, die genau für diese Momente sind, wenn gerade kein neuer Hass dazugekommen ist. Verschreif mir auf, was ich hasse, damit es bloß nicht weggeht. Tue ich wirklich. Oh Mann. Ich hake auch ab. Ich wollte gerade sagen, da sind so, was ich jetzt mal gesagt habe, was ich hasse. Ja. Und da sind noch zwei unabgehakte Sachen drauf. Und dann muss ich mir wieder einen Tag Zeit nehmen und diese Liste ergänzen. Also, pass auf. Es gibt so Situationen, da hat man wirklich einen großen Hunger und denkt sich so, oder denkt sich vielleicht auch einfach nichts dabei und bestellt sich einfach irgendwas. Und du bist mit so einer Gruppe Leuten essen oder mit Freunden oder mit Familie. Bei Familie passiert es tatsächlich öfter, wenn ältere Leute dabei sind. Und dein Essen kommt. Und dein Essen kommt vielleicht sogar als erstes oder als letztes. Da ist immer am wahrscheinlichsten, dass es passiert. Und alle glotzen auf diesen Teller und machen die ganze Zeit dann so Kommentare dazu. Und sagen, oh mein Gott. Also, das ist eine ordentliche Portion, ne? Da kriege ich die Krise, wenn jemand das Essen auf meinem Teller kommentiert. Ich finde das so schlimm. Finde ich das nicht schlimm? Irgendwie guckt ihr mich an. Bin ich dumm? Das Parklücken-Ding war ja noch nachvollziehbar. Das ist ja so spezifisch. Habt ihr das nicht so... Dass so Leute die ganze Zeit dann kommen, das ist aber eine große Portion, hast du ja noch genug Sport gemacht dafür? Irgendwie sowas. Das kannst du auch mal sagen, Leute, zu dir? Ey, ja. Das ist ja hyper scheiße. Bei uns aber sind wir jetzt auch, ne? Das ist ja auch verdient da, wo ich mir so denke, halt doch einfach deine Schnauze. Und dann wird immer die... Wer sagt so? Oder dann hast du nicht aufgegessen. Andersrum funktioniert das genauso. Aber das kenne ich aber. Das finde ich auch ganz schön. Und du hast nicht aufgegessen und dann kommst du das an. Da waren die Augen wieder größer als der Magen. Halt doch deine Schnauze. Das ist wieder so ein Sprichwort. Ja, aber das hat halt meistens mit Essen zu tun. Wenn du einfach irgendwo was bekommst und du freust dich, du willst einfach nur deine fucking Ruhe und dein Essen genießen. Und dann ist für mich dieses Essen, worauf ich mich gefreut habe, aber so gelaufen, weil das jemand anders kommentiert hat. Aber findest du auch ein Kommentarstum, wenn jemand zu dir sagt, boah, dein Essen sieht übel lecker aus? Nö, ist ja nicht mein Problem. Das ist mein Problem. Also Komplimente für dein Essen sind okay. Ja, wenn ich jetzt was gekocht habe. Also wenn ich jetzt selber was gekocht habe und jemand sagt, boah, das Essen sieht gut aus, dann freue ich mich natürlich darüber. Ja, aber wenn du jetzt in einem Restaurant bist und jemand würde dein Essen kommen zuerst und sagt so, boah, dein sieht aber richtig gut aus. Boah, wie Annika das gesagt hat. Wie so ein Klaus-Peter. Das ist Annikas aufwischen für so eine Synchro-Rolle. Boah, dein ist aber richtig nett. Aber kennt ihr das nicht? So Essens... Wo kam das her? Ganz tief und... Ganz tief. Nee, weiß ich jetzt nicht. Also das gehört dann meistens dazu, dass Leute dann sagen, sieh doch mal Judas. Ist euch das noch nie passiert? Ist euch das noch nie aufgefallen, dass dann immer... Das ist genau wie, wenn jemandem was runterfällt und Leute fangen an zu applaudieren. Gleicher Vibe, der darüber kommt. So weißt du was? Das ist nur dumm. Jeder hat gehört, dass da was runtergefallen ist. Jeder sieht, dass da gerade mein Essen kommt. Warum... Leute applaudieren, wenn was runterfällt? Das machen die ganz oft im Kellner sitzen. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist so... Das ist der gleiche Vibe. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist dir noch nie passiert. Du sitzt in einem Restaurant, der Kellner lässt ein Glas fallen. Ah, das ganze Restaurant fängt an zu klatschen. Das habe ich noch nie erlebt. Das ist so schlimm. Hast du schon beim Service gearbeitet? Nein. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich brauche doch nicht zu arbeiten. Ja. Ich habe sogar das ganze Konstrukt hier gebaut, damit ich arbeiten muss. Nur keiner findet es raus. Tschüss, Gerrit. So wie das mache ich. Hast du einen Schlüssel? Einfach ein Garnis. Garnis. Und beide kommen damit durch mit der Nummer. Ich mache Garnis. Weiß ich nicht. Das ist mein... Da habe ich mir letztens darüber Gedanken gemacht, weil es wieder irgendwo vorgekommen ist. Leute applaudieren, wenn man es runterfällt. Sorry, ich kann es drüber. Das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Es gibt auch Leute, die jubeln dann dazu. Ja, aber dass so Leute applaudieren, das habe ich auch schon öfter mitbekommen. Und ich denke mir immer, das ist so... Ist das nicht übel respektlos? Ja, übelst. Ja, das ist genauso respektlos wie so eine Portionsgröße. Selbst wenn es so eine Suppe ist oder so. Das ist so komplett international. Oh, die ist aber flüssig, die Suppe. So ein Loh. Ja, aber so Kommentare zu machen, so das hast du dir verdient und ja, sowas, das finde ich unangebracht. Ich finde, das ist generell unangebracht. Also, keine Ahnung. Also, das ist mir, wie Freddy das mit dem Applaudieren noch nie passiert, dass jemand mein Essen kommentiert hat. Oder du erholst dir ein Eis und es sind drei Kugeln und irgendjemand macht einen Kommentar daraus, dass es drei Kugeln sind. Doch, das ist mir passiert, als wir auf Mallorca waren. Da habe ich für Louis und mich habe ich das Sandwich-Toast gemacht und habe dann halt vier... Das war ja so ein Vierfach-Ding. Habe vier Stück gemacht und da kamst du vorbei und dann so, boah, vier Stück? Dann sind doch nicht alle Vögel. Also, genau das Gleiche. Ja, aber ich war doch irritiert, weil du hast doch schon gegessen gehabt oder so. Ich hatte nur ein Akt-E-Mail. Sie hat jetzt seit drei Tagen Toast. Ist schön hier, aber Toast ist echt lang im Zweifel. Aber du weißt, was ich meine, oder? Wenn generelle Leute dann einfach, die müssen ja nicht mal einen Hintergedanken haben oder dass es auf irgendwas anspielt, sondern es ist einfach, vor allem aber bei so ab dem Alter unserer Eltern aufwärts. So ein Ding, das man scheinbar immer kommentiert, was jemand anders auf dem Teller hat. Ja. Ich glaube, da kommt einfach von Dustin und mir eigentlich unsere Superpower zu tragen, die sich da nennt das klassische freischwebende Gehirn, wo immer mal wieder, wenn ihr uns beide erwischt, einfach mal so dieses Hä? Kommt? Ich glaube, das ist mir bestimmt schon voll oft passiert, aber ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern, weil es mir so scheißegal ist. Da ich dann einfach da sitze und einfach wegzone und mir denke so, wenn ich ein Actionheld wäre. Eddie. Wie wäre mein geiler Name? Eddie. Mir ist das oft als Kind passiert. Ich habe als Kind sehr, sehr viel gegessen, weil ich sehr schnell und viel gewachsen bin und dann habe ich halt oft doppelt so viel wie meine Eltern gegessen oder sowas. Aber das hat mir halt nie ein Keller geglaubt. Das heißt, die wollten mir immer Kinderportionen bringen und dann haben wir halt immer so der ganze Tisch einstimmig und ich so, nein, sie will keine Kinderportionen. Dann habe ich halt meistens meine und damals waren wir zum Beispiel auch mal im Urlaub oder sowas und dann habe ich von meinen Großeltern das Essen auch noch gegessen. Wenn mein Bruder nicht oft gegessen hat, habe ich das auch noch gegessen, so als ich hätte so ein... Mir muss das nicht erzählen und mich nicht dabei angucken. Ich saß neben dir als ich eine Haxe gebauert habe. Das wurde mir auch erzählt. Das war mit das Erste, was ich von Annika gehört habe. Ich kann sehr viel essen. die wir alle zu Annika haben in dieser Haxen-Story, Alter. Das ist ja eine Brauhaus und 500 Gramm Haxe einfach nur oder... Ich bestelle mir jetzt eine Haxe. Ich hatte voll Lust. Ich bin hier jetzt nicht geteilt. Das war impressive. Das war wirklich impressive. Aber stell dir mal vor, deine Haxe wäre gekommen und ich hätte die ganze Zeit gesagt... Sauerkraut wurde noch in den Mund gezurzelt. Also es war wirklich eine unfassbare... Aber man kommentiert es einfach nicht. Ja, aber viele Leute machen das. Ich glaube, wer hätte zugeguckt und wäre nicht neben, sondern gegenüber von Annika gesessen, dann hätte ich glaube ich auch kommentiert. Du hast zwischendurch kommentiert. Ja, zwischendurch kommentiert. Es kommt immer mehr raus, dass das, was du hast, das alles ich das bin. Das habe ich nicht gesagt. Also ich glaube, als ich angekommen ist, hast du mich einfach nur angeguckt und war so... Auf die Haxe auf mich. Auf die Haxe auf mich. Und war so... Also... Schaffst du das? Schaffst du das? Hier ist so eine Riesenhaxe in so einem Brauhaus. Wir waren im Zimts oder so. Das war wirklich Annika versus Haxe, Junge. Annika hat gewonnen. Ja, Annika hat gewonnen. Haxnika. Haxnika, Junge. Ja, aber zum Beispiel auch Losteria, die haben ja auch so Riesenkatzen. Und früher habe ich die immer aufgegessen. Mittlerweile kann ich nicht mehr so viel essen wie früher. Also jetzt esse ich so die halbe, aber früher... Ich habe übel viel gegessen. Dazu gab es auch immer Kommentare. Muss einfach nicht sein. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, weil ich jahrelang im Service gearbeitet habe, in diversen Restaurants, Bars, jadidadia. Und das da wirklich immer in dieser einen Altersgruppe passiert ist. Nicht mal dann bei mir, aber wenn du Essen hingestellt hast oder so. Aber mir ist es auch schon passiert. Das war's, das ist mein Hass für heute. Warte, ich muss den noch von der Liste abhaken. Ne, es geht mit Bella da hinten. Achso, okay. Ich dachte gerade, es ist schon wieder jemand bei unserem Grundstück. Das hasse ich übrigens. Das kann ich mal kurz bei Hass mit Eddie kurz einbringen. Also wir haben hier so einen kleinen Grünstreifen noch und der ist ganz gut erreichbar und wir haben immer mal wieder Leute, die hier einfach pissen gehen mittags. Jetzt muss man ja wirklich das Wort pissen benutzen. Mir geht es so gegen den Zeiger, dass einfach irgendwelche Leute irgendwie, sei es denn irgendwie ein Busfahrer von einer Bushaltestelle hier irgendwie um die Ecke, der dann einfach irgendwie hier rumschlendert und guckt, wo das nächste Gebüsch ist, dann einfach immer auf Privatgrundstücke geht und anfängt hier rum zu pissen. Also ich habe dann auch die Leute immer angesprochen, die sagen immer das Gleiche. Ja, aber jetzt bin ich ja fertig. So, also wirklich. Leute, die haben hier mal Sachen abgeholt von dem Kollegen, der hier vorher in der Immobilie war und danach haben die sich angeguckt, wohl besprochen und sind dann hier ins Gebüschpinkel gegangen. Da habe ich mich neben die gestellt, habe den auf die Schwellex geguckt und meinte, gibt es ein Problem hier? Warum muss man denn jetzt Gebüschpissen mal hier? Da hat der gesagt, okay. Sag ich, ja, aber der ist ja nicht mehr hier. Ich bin ja jetzt hier. Das ist nicht okay. Ja, aber jetzt sind wir ja mittendrin, ne? Zieh zurück. Also es gibt wirklich wenige Situationen, wo ich mir wie so damals in der Schule so diese Rutenpeitschdinger wünsche, aber so wirklich mal so ein kleiner Bestrafer auf diverse Pimmel hier in Mönchengladbach. Ach, den Schwelleck. Ja, einfach mal mit seinem Pimmelbestrafer. Ja, also es ist wirklich unfassbar in den paar Monaten, wo wir hier sind, wie viele Leute hier einfach auf Grundstücke laufen, also nicht nur hier, sondern auch so und einfach anfangen wild zu pissen. So, das ist halt ein Gewerbegebiet, in dem wir sind. Das ist jetzt halt nicht so, als wäre hier keiner. Hier ist auch ein normaler Betrieb. Die gehen einfach Leute irgendwo hin und pinkeln irgendwo hinter. Das finde ich ganz genau. Ich habe vorgestern gestritten mit so einem Opa. Letzte Woche war es dann. Der ist einfach hier bei uns in der Einfahrt auf dem Gelände an den Autos vorbeigefahren mit so einem Fahrrad. So hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. So, und dann bin ich rausgegangen, gibt es ein Problem? Was machen sie hier? Er meinte, ich teste mein Fahrrad. Wie gesagt, kann man das nicht mal auf der Straße machen? Kannst du das nicht mal woanders testen? Ja, sagt der, fährt dann weg. Sag mal, bist du... Ich schwöre es euch, irgendwann, Alter, hier, nach wie vor, die Regel gibt es seit Ewigkeiten. Später, wenn Kinder zu Hause, habe ich immer gesagt, irgendwann gibt es so eine kleine Notfall-Shotgun und du kletterst über meinen Zaun. Du verlierst deine Kniescheibe. Das ist der Trade, den wir machen. Aber hier kommt ein Luftgewehr. Sag ich dir, Druckluft aber, und dann verlierst du wirklich ein Auge. Also wirklich langsam an Frechheit nicht mehr zu überbieten. Ja, als wäre ich das Problem. Du bist einfach hier. Ja, ich will mein Fahrrad testen. Natürlich, ich bin bei deiner Oma eingebrochen. Ich wollte einfach mal so, ich wollte mal Licht testen. Ja, bin ich jetzt das Problem. Da gibt es einen schönen Side-Fact zu, als du mir das erst mal erzählt hast, dass die Leute ständig wildpinkeln gehen. Bist du das mal wildpinkeln? Nee, aber kurz vorher hatte ich Werbematerial gesichtet für Mio Mio. Ja. Grüße gehen raus an alle Leute, die gerade aktuell zuhören und das Video von gestern gesehen haben, wo eine Mio-Werbung drin war, wo alle Mio-Flaschen in der Wiese drinstehen, wo noch niemand wusste, also du hast es einfach noch nicht erzählt und Timo hat da... Ja, Timo war echt den ganzen Tag in der Wiese und ich glaube, es war sogar am gleichen Tag, wo ich die Sachen geschnitten habe, wo du mir das erzählt hast und ich dachte so, okay, ist das vielleicht diese Wiese hier, wo gerade alle Mio-Flaschen drin sind? Und Timo. Die eine, wo Timo gerade draus trinkt und dann so, ach ja, stimmt. Aber die haben richtig schön geglänzt in der Sonne, als sie so gegen das Licht geeinert hat, weil die noch so ein bisschen feucht von außen waren. Weil sie feucht, wir haben gleich Filmen drauf. Aber geht es dir seitdem schlechter? Nee. Warum denn? Ja. 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 Okay. Das war's dann in diesem Sinne von... Hass mit Ella. Und Eddie. Und Eddie. Und Eddie. Und Eddie. Vielen Dank.